Hier ist Max on Fire. Hier reden wir über das, was Feuerwehr und Katastrophenschutz bewegt. Von den aktuellsten Einsätzen bis hin zu innovativen Technologien und internationalen Projekten. Ein Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Hallo zusammen, willkommen zu meiner mittlerweile vierten Folge meines Podcasts Max on Fire. Heute ist mein Thema, haben wir einen Generationenkonflikt bei der Feuerwehr? Und als Add-on, warum mache ich diese Videos? Wie bin ich zu dieser Frage gekommen? Ich habe letztens im 24-Stunden-Einsatzdienst am Wochenende mit Kollegen am Tisch gesessen und wir haben uns darüber unterhalten, warum ich diese Videos erstelle. Beziehungsweise ein Kollege hat gefragt, was bringt es mir, diese Videos zu erstellen? Was bringt es mir, einen Podcast zu machen oder Insta oder TikTok zu bespielen? Und am Ende, für mich die erste Antwort war, also mir persönlich bringt das gar nichts. Also die Videos hochzuladen. Für mich geht es, wie sagt man so, der Weg ist das Ziel, das erstellen. Das macht mir einfach Spaß. Das ist vielleicht ganz wichtig. Aber als ich dann nach Hause gekommen bin und die letzten Tage darüber nachgedacht habe, dann stellt sich mir durchaus die Frage, oder ich habe da genauer darüber nachgedacht, ja, was treibt mich an der Stelle denn an? Und wie kommen wir denn da hin? Und über diese Schiene habe ich mir dann auch die Frage gestellt, ja, wie sehen andere Kollegen, Kollegen oder Menschen halt genau das, was ich hier tue beziehungsweise das, was aktuell so in der Medienlandschaft abgeht? Und im Wesentlichen ist es so, meine zentrale Motivation und auch das, wo ich eigentlich hier mit hin will, ist erstens, es macht mir Spaß und ich möchte Menschen erreichen. Die zwei Punkte aus verschiedenen Gründen. Also wie gesagt, das Kreative und das Erstellen dieser Inhalte, das macht einfach Spaß. Also vorher zu überlegen, was macht man, wie macht man was und das dann auch irgendwie aufzunehmen, wie jetzt in dem Fall, das zu filmen, das dann nachher zu schneiden. Das ist ein Prozess, der macht mir Spaß. Das ist, das sage ich einfach, das ist mein Hobby. Und das ist mit ein wesentlicher und wichtiger Grund, wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann würde ich es auf gar keinen Fall machen. Aber schon vor Jahren, als ich angefangen habe, war die zweite wesentliche Intention, mein Hobby, mein Beruf Feuerwehr, den Menschen da draußen zu zeigen. Erstmal einfach nur den Menschen zu zeigen, wie cool das ist, was für einen Spaß das macht und was für gute Dinge man da auch mit erreichen kann und machen kann. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter gehen, dann hat sich das dahingehend geändert, dass ich auch vor allem junge Menschen erreichen möchte. Menschen, die potenziell vielleicht unsere Zukunft in der Feuerwehr darstellen. Und jetzt hole ich ein bisschen weiter aus. Wir haben bei der Feuerwehr ein riesengroßes Problem. Und das Problem, das haben nicht nur wir bei der Feuerwehr, sondern das ist allgemein der Fall, wir haben zu einen sinkende Bewerberzahlen und zum anderen haben wir immer mehr Bedarf an Personal, an gutem qualifizierten Personal. Wie gesagt, das ist nicht singulär bei der Feuerwehr so, aber vielleicht ist es an der Stelle noch mal so, dass wir als Feuerwehren uns ja quasi, wir sind die einzigen Mitbewerber gegenüber. Es gibt immer nur pro Ort eine Feuerwehr. Das heißt, es gibt so erstmal in einer Stadt oder so keine Konkurrenz, aber die Konkurrenz liegt quasi, wenn man es denn so bezeichnen möchte, hinter der Stadtgrenze. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns darüber unterhalten, dass wir feststellen in den Bedarfsplänen, in irgendwelchen Analysen oder Ähnlichem, wenn wir in die Stellenpläne reinschreiben, wir brauchen mehr Feuerwehrleute, dann hat das in der Regel Hand und Fuß, dann hat das Gründe, dann hat das Bedarfe, von denen das abgeleitet wird, dann hat das potenziell auch zusätzliche Aufgaben oder angepasste Gesetzestexte, wo diese mehr Bedarfe herrühren. Die kommen ja nicht einfach so zustande. Jetzt können wir aber auf der anderen Seite feststellen, was wir nicht haben, sind arbeitslose Feuerwehrleute. Das gibt es einfach nicht. Also wir haben eine gewisse endliche Anzahl von Feuerwehrleuten im deutschen Feuerwehrsystem und wir haben, und das behaupte ich mal, deutschlandweit wesentlich mehr Stellen. Das heißt, wir haben jetzt, also wir haben jetzt definitiv eine Situation, in der wir einen akuten Fachkräftemangel schon haben und schon seit einigen Jahren haben. Und das können wir nicht lösen, indem wir irgendwie anderen Feuerwehren die Leute abwerben. Wir verlagern an der Stelle ja nur das Problem. Das heißt, immer dann, wenn wir zum Beispiel in Aachen neue Stellen ausschreiben und wir haben es geschafft, eine attraktive Stelle zu schaffen oder eine attraktive Stelle entsprechend zu gestalten und auf den Markt zu werfen, dann muss man ganz klar sagen, dann können wir diese nur besetzen, indem wir entweder interne Menschen darauf bringen, dann haben wir intern aber an anderer Stelle eine Lücke oder indem wir von anderen Feuerwehren das Personal abwerben und dann hat diese Feuerwehr eine Lücke. Also für das Gesamtsystem Feuerwehren ist das im Grunde genommen dasselbe. Also irgendwo entsteht dann wieder eine Lücke, die ich reiße. Wenn ich also dieses Problem grundlegend angehen will, dann muss ich junge Menschen in das System Feuerwehr reinbringen. Dann muss ich verstärkt ausbilden. Das machen wir auch, das machen viele. Aber ich glaube, wir müssen noch viel mehr ausbilden. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo es auch gilt, gegenüber allen anderen Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern attraktiv zu sein, sich darzustellen und zu positionieren. Wir haben natürlich einen Pfund als Feuerwehr, das müssen wir mal ganz klar sagen. Also ich behaupte mal so Dinge wie Polizist oder Feuerwehr, gut Astronaut, aber da gibt es ganz wenige Stellen, habe ich gehört. Das sind alles Berufe, die ja per se schon ziehen. Aber auch wir merken, dass das weniger wird. Das heißt, auch wir kommen in eine immer größere Konkurrenzsituation zu Bereichen, die in der freien Wirtschaft sich tummeln oder, oder, oder. Und da müssen wir uns an der Stelle, in meinen Augen zumindest, gut positionieren. Und wie schaffen wir das, indem wir mit den Menschen reden, indem wir die Menschen ansprechen, die am Ende die Zukunft unserer Feuerwehren bilden wollen. Und da muss man ganz klar sagen, wenn ich mit den Menschen kommunizieren möchte, dann muss ich das dort tun, wo die Menschen ohnehin kommunizieren, wo sie auch Inhalte konsumieren. Und das sind aktuell mittlerweile, je nach Alterskohorte, das sind die sozialen Medien. Sei es Instagram, sei es TikTok. Wir müssen ja schon feststellen, dass Facebook ja eher von älteren Menschen genutzt wird. Menschen in meinem Alter vielleicht, ich sag mal, beginnend von 30 an oder ähnlichem. Aber definitiv nicht mehr von denen, die jetzt bald von der Schule kommen, die wir in unser System reinholen wollen. Die müssen wir ansprechen. Und das ist genau, also vor allem in der RIT-Perspektive, immer ein Punkt gewesen, weshalb ich diese ganzen Dinge mache. Ich habe ja auch über meinen Aufstieg berichtet, weil ich der Meinung war, es ist wichtig zu kommunizieren und darzustellen, was passiert denn überhaupt? Was machen die Menschen dort, die eine entsprechende Ausbildung durchführen? Das ist für viele, glaube ich, eine Entscheidungsgrundlage. Also ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, ich bin angesprochen worden, schon zweimal angesprochen worden, von Menschen, die jetzt im höheren feuerbäderischen Dienst angekommen sind und die haben mir mitgeteilt, sie haben tatsächlich mitunter, wahrscheinlich nicht nur, aber mitunter aufgrund meiner Videos von damals, von 2017 etc., die Entscheidung für sich getroffen, dass das etwas ist, was sie auch machen möchten. Und das ist genau der Punkt, das ist der Punkt, weshalb ich diese Videos mache. Darüber hinausgehen natürlich auch noch so ein bisschen persönliche Motivation, das muss man ganz klar sagen. Ich habe Interessen, die über meinen Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr hinausgehen und auch diese möchte ich in irgendeiner Art und Weise kommunizieren. Ich möchte darüber in Dialog kommen. Ich möchte auch meine Sicht der Dinge, meine fachliche Bewertungen, die möchte ich gerne auch kommunizieren. Das ist vielleicht auch ein bisschen Typsache. Aber der wesentliche Punkt ist, ich möchte jungen Menschen das erklären und das schaffe ich halt nicht, indem ich eine Zeitungsannonce schalte oder mich auf eine Messe stelle. Da werde ich auch Menschen erreichen, aber nicht in der Breite und in der Masse. Ich nehme mal ein Beispiel. Also ich habe jetzt tatsächlich zwei, drei Videos mal testweise, muss ich sagen. Ich wollte einmal schauen, wie es sich entwickelt, bei TikTok hochgeladen. Und ich habe tatsächlich auf die paar Videos mittlerweile, ich glaube, 20.000 Klicks innerhalb oder Ansichten tatsächlich innerhalb von zwei Wochen. Ich habe tausend irgendwas Likes etc. Also das heißt, da ist auf jeden Fall eine Besucherzahl, eine relevante Besucherzahl, die ich mit diesen Informationen erreiche. Und es fällt mir als Privatmensch an der Stelle halt einfacher, das zu tun, als das in meinem dienstlichen Kontext zu tun. Ich bin zwar grundsätzlich der Meinung, auch das wäre sinnvoll, aber erster Weg, der mir offen steht, um die Menschen zu erreichen und denen zu erzählen, was wir tun bei der Feuerwehr und vielleicht auch so ein bisschen zu transportieren, ja, wie cool das ist und wie viel Spaß ich daran habe, das kann ich halt über die Medien tun, wo die jungen Menschen sich auch aufhalten. Und das ist so im Wesentlichen der Kern dessen, weshalb ich diese Videos mache und was es mir am Ende auch bringt. Wenn ich am Ende höre, dass wir Menschen bei der Feuerwehr Aachen bestenfalls haben, die aufgrund oder zumindest initial aufgrund eines meiner Videos oder des Podcasts hier oder sonstigen in das System der Feuerwehr Aachen reingekommen sind, ja, herzlichen Glückwunsch, dann hat es sich doch schon gelohnt, aus meiner Sicht. Und jetzt kommt vielleicht die Eingangsfrage so ein bisschen zum Tragen. Haben wir einen Generationenkonflikt? Den haben wir in meinen Augen nicht. War ein bisschen provokant gestellt, die Frage, das ist ganz klar. Es zielte auch viel mehr darauf ab, auf die Fragestellung, die der Kollege hatte. Weil diese Fragestellung, die hörst du, glaube ich, nicht von jüngeren Menschen, weil die mit diesen Medien vertraut sind, weil die sie auch nutzen. Und die gucken sich das auch an und ich kriege ja auch die entsprechende Resonanz und die Fragen. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ich komme mit den Menschen in den Dialog und in den Austausch und kann Fragen beantworten, die genau diese jungen Menschen haben, die sich überlegen gerade, was mache ich denn in der Zukunft. Das ist etwas, das hat man früher gemacht. Da kannte einer den anderen und da hat der einen Neffen oder einen Bruder oder einen Onkel und der ist bei der Feuerwehr. Und dann hat man einen Termin gemacht oder sich verabredet und dann hat man mal darüber gesprochen, was ist denn Feuerwehr? Das habe ich tatsächlich auch schon öfters gemacht. Aber mit diesen Videos und mit diesen Medieninhalten erreiche ich halt noch viel mehr Menschen. Und das ist so mit so ein Punkt, der mir unglaublich wichtig ist. Und wie gesagt, ich hoffe, vielleicht kann ich einen kleinen Teil dazu beitragen, mit genau diesen Dingen hier, diese Probleme, die wir jetzt haben und auch in den nächsten fünf, zehn und 15 Jahren haben werden, ein Stück weit zu lösen. Das ist natürlich nur ein kleiner Anteil. Wir müssen die gesamte Struktur dahingehend aufbauen und ertüchtigen, dass wir auch diese ganze große Anzahl von Menschen ausbilden können, qualifizieren können und ins System reinbringen können. Also es nutzt nichts, wenn wir irgendwann überlaufen werden, aber überhaupt im System nicht die Kapazität haben, um die Menschen aufzunehmen bzw. auszubilden. Also aufnehmen, ja, aber wir müssen sie ja erstmal ausbilden. Und das kann ich nicht beeinflussen. Zumindest da, wo ich jetzt bin, ist es mir nicht möglich. Aber das ist auch die Aufgabe, die wir alle als Feuerwehren in Deutschland haben und nicht nur jetzt irgendwie eine Feuerwehr alleine. Weil, wie gesagt, ansonsten nehmen wir uns gegenseitig als Feuerwehren immer die Leute weg und schieben das Problem nur von links nach rechts und irgendwann kommt es bei dir wieder an. Also das bringt überhaupt nichts. Und jetzt habe ich viel geredet und jetzt komme ich nochmal zurück auf diese Thema Generation. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das haben. Ich glaube aber schon, dass die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir aber auch in unserer Freizeit Medien konsumieren und kommunizieren, das hat sich schon sehr stark geändert. Und das ist genau der Punkt, weshalb der eine Kollege mit Anfang 50, Mitte 50 mich fragt, was mir diese Videos bringen. Und diese Frage auf der anderen Seite vielleicht bei Kollegen, die 25, 30 sind, überhaupt nicht verstanden wird, weil es für die ganz normal ist, dass sich viele der Informationen, die sie bekommen, dort abspielen, wo ich jetzt aktuell auch unterwegs bin. Und das ist der Punkt. Wir können doch diese Medien nicht nur singulär einzeln überlassen, weil uns das irgendwie im Gesamtkontext irgendwas daran stört, weil es unserem Geschmack widerstrebt, weil es uns nicht gefällt. Und damit nehme ich mich mit ein, uns Älteren. Nein, wir müssen doch im Grunde genommen die Menschen dort abholen, wo sie sind, die unsere Zukunft sind, die wir ansprechen wollen. Es ist ja nicht relevant, was uns gefällt. Es ist auch nicht relevant, was wir gut finden an der Stelle, wenn wir junge Menschen erreichen wollen, sondern wir müssen uns überlegen, was wollen die jungen Menschen. Und so wird, glaube ich, aus meiner Sicht ein Schuh draus. Und wenn ich dann in diesem ganzen Format noch so Sachen wie jetzt machen kann, wo ich einfach labere, ich habe kein Skript oder sonst wie, ich habe mir kurz überlegt, was ich machen möchte. Ich hatte mir hier das aufgeschrieben, so ein paar Stichpunkte. Monitor ist mittlerweile schwarz, von daher vollkommen egal. Wie gesagt, wenn ich dann noch die Möglichkeit habe, mir manchmal so ein paar Dinge von der Seele zu reden, aber auch vor allem über Inhalte zu sprechen, wie beim letzten Mal über die Themen Katastrophenschutz, über das interdisziplinäre Nahgebild oder Ähnliches, was mich einfach bewegt, was mich fachlich interessiert, dann habe ich doch ein super Match gefunden, genau diese Dinge hier zu tun, genau diese Aufnahmen durchzuführen und darauf aufbauen, dann vielleicht auch noch ein klein bisschen dazu beizutragen, Menschen zu informieren, Menschen vielleicht für die Feuerwehr zu gewinnen, die Menschen irgendwie abzuholen, dass sie Spaß an der Feuerwehr haben. Hups, da bin ich auf den Knopf gekommen. Und dann für das System, für die Aufgabe, für den Job Feuerwehr zu begeistern. Und wenn ich das schaffe, wenn ich das auch nur bei ein paar Leuten schaffe, ich erwarte ja gar nicht, dass ich das bei Hunderten, Tausenden oder sonst wie vielen Menschen schaffe, ja dann ist doch, kann man am Ende sagen, well done. Und dann bin ich glücklich, indem ich Spaß hatte, genau diese Aufnahme heute hier zu tun und euch zu informieren und am Ende dafür zu sorgen, dass vielleicht zwei, drei Leute mehr zukünftig den Beruf des Feuerwehrmanns, der Feuerwehrfrau ergreifen wollen. Und abschließend möchte ich an der Stelle noch hinzufügen, das ist jetzt einfach, das hat jetzt nichts mit so von wegen Algorithmus und diesem ab in die Kommentare oder so, nein. Was auch ganz wichtig an dem Punkt ist und mir ganz wichtig ist, dass man in den Austausch kommt, dass man in die Kommunikation kommt. Und ich biete auch hier gerne an, wenn ihr dazu Fragen habt oder auch eigene Meinungen, dann, wie gesagt, auch jetzt, dann schreibt es gerne. Spotify kann das mittlerweile in die Kommentare bei Spotify oder bei YouTube habe ich den Podcast ja auch. Dann schreibt es auch hier in die Kommentare oder schaut einfach meine sonstigen Social-Media-Kanäle euch an. Alle bieten im Grunde genommen mittlerweile die Möglichkeit, dass man dort kommuniziert, dass man über Direct Messages etc. oder unter den Videos kommentiert. Kommt in den Austausch, stellt mir eure Fragen und lasst uns diskutieren über die Dinge, die euch in diesem Themenbereich vielleicht auch bewegen. Und das ist auch ein zentraler Punkt. Ich habe schon unglaublich viele Fragen bekommen, viele Fragen beantworten können. Und ich glaube, also ohne da jetzt irgendwie mir selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, ich glaube, dem einen oder anderen vielleicht auch bei der Entscheidungsfindung helfen können, was er denn macht, ob er in den MD geht, in den GD, in den HD, ich weiß es nicht. Aber um genau diese Fragen, die die Menschen umtreiben, zu beantworten, auch das ist ein Punkt, der mir unglaublich viel Freude bringt, diese Dinge zu tun. Also letzter Aufruf, versprochen. Wenn ihr mit mir in Kontakt kommen wollt, dann kommentiert das hier, nutzt meine Social-Media-Kanäle. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder auch fürs Zuhören, wenn ihr den Videopodcast gerade nicht hört, sondern bei Apple oder so unterwegs seid. kommentiert gerne, liked das Ding gerne, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt sicher, bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal. Schatz Untertitelung